moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und willkommen zu einem ganz besonderen video es ist ein sogenanntes playstation psn freunde video und da starte jetzt einfach mal mit meiner freundesliste mit dem hauptcharakter youtube gamescom das ist meine account und ja jetzt fangen wir an mit meinen wunderbaren psn freunden alex cookie gx big daddy alle am start psn freund jem moin clan mitglieder youtuber vielleicht interessiert ein paar ich hatte nämlich damals schon ein paar youtuber drin zum beispiel einen von den hamburger hänger den rahm co die die hat mich aber leider wieder gelöscht ich weiß nicht warum kannst du mir vielleicht mal beantworten und natürlich noch den sniper 84 von den hamburger c4 tiger oh ja das war was so ein richtiger booster ist dass der auch immer in den ecken und so im camp aus dem grund habe ich den gelöscht und ja ich habe aber auch noch coole leute drin zum beispiel las goldfisch und die ganzen anderen mecky man gamer zocker es sind alle am start und ich möchte mich noch mal von ganzem herzen bedanken dass ihr mich abonniert habe weil ihr seid spitze ein großes großes daumen nach oben ein großes moin moin von mir erst mal dass jetzt inzwischen schon 120 abonnenten habe das hätte ich so nie gedacht und nie glauben können aber es ist realität und danke digger vielen vielen dank digger aus cool xp oh da muss ich noch was sagen warte noch mal hoch noch mal hoch noch mal hoch noch mal hoch ja da ist das kill xp hat ja den youtube-kanal effect brothers leute und da ist folgendes problem der ist jetzt seit zehn tagen offline und ich habe eine ganz schlimme befürchtung dass sein den playstation account nicht mehr funktionieren tut wenn das wirklich stimmen sollte wäre das sehr sehr traurig weil ich habe es cool xp richtig immer gemocht so und aber irgendwie irgendwas hat er wenig zeit der skalexp ja ist bei mir ja auch so ich bin im knast tag hier können natürlich bei mir teilhaben was ich da tue und freue mich natürlich schon auf den knast tag nummer 11 irgendwas wer wird so wer wird alles dabei sein und wer noch sage ich hier nachher sage ich ich muss jetzt erstmal noch eine nachricht schreiben bitte verzeiht mir leute so lalalalalalalala ich kann nämlich nicht alle aufschreiben so zack leute ich sage ciao wir sehen uns im nächsten video euer youtube gamescom auf der playstation 3 bis dann ciao